Die Regierung der Litauischen Republik ist die Regierung des Staates Litauen. Sie wird geleitet vom Premierminister. Derzeitige Regierungschef ist Algier das Butkevicius. Litauische Regierungen Siehe auch Litauische Regierungen der Ersten Republik 1. Regierung 1918-1918 Kabinett Voldemars Zweite Regierung 1918-1919 Kabinett Slesevitschius Dritte Regierung 1919-1919 Kabinett Dovidaitis Vierte Regierung 1919-1919 Kabinett Slesevitschius Fünfte Regierung 1919-1920 Kabinett Galvan aus Kass Sechste Regierung 1920-1922 Kabinett Grinius Siebte Regierung 1922-1923 Kabinett Galvan aus Kassi Achte Regierung 1923-1923 Kabinett Galvan aus Kass 2 Neunte Regierung 1923-1924 Kabinett Galvan aus Kass 3 10 Regierungen 1924-1925 Kabinett Tumenas 11 Regierungen 1925-1925 Kabinett Petroles 12 Regierungen 1925-1926 Kabinett Vistras 13 Regierungen 1926-1926 Kabinett Slesevitschius 14 Regierungen 1926-1929 Kabinett Voldemars 15 Regierungen 1929-1934 Kabinett Tubeles 16 Regierungen 1934-1935 Kabinett Tubeles 2 17 Regierungen 1935-1938 Kabinett Tubeles 3 18 Regierungen 1938-1938 Kabinett Meron aus Kassi 19 Regierungen 1938-1939 Kabinett Meron aus 2 20 Regierungen 1939-1939 Kabinett Czernius 21 Regierungen 1939-1940 Kabinett Merkis Litauische Regierungen der Zweiten Republik 1 Regierungen 1990-1991 Kabinett Prunschien Zweite Regierung 1991-1991 Kabinett Semenas Dritte Regierung 1991-1992 Kabinett Van Jorius I Vierte Regierung 1992-1992 Kabinett Abisala Fünfte Regierung 1992-1993 Kabinett Kabinett Lubis Sechste Regierung 1993-1996 Kabinett Slesevitschius Siebte Regierung 1996-1996 Kabinett Stankiewitschius Achte Regierung 1996-1999 Kabinett Van Jorius II Neunte Regierung 1999-1999 Kabinett Paxas I 10 Regierung 1999-2000 Kabinett Kubeljus I 11 Regierung 2000-2001 Kabinett Paxas II 12 Regierung 2001-2004 Kabinett Bratz aus Kassi 13 Regierung 2004-2006 Kabinett Bratz aus Kass II 14 Regierung 2006-2008 Kabinett Kirkilas 15 Regierung 2008-2012 Kabinett Kubeljus II 16 Regierung 2012 Heute Kabinett Budkevicius Ministerien Siehe auch Liste der Ministerien in Litauen Ministerien der Republik Litauen Sonstige Einrichtungen Regierungskanzlei der Republik Litauen Ausschuss für Entwicklung der Informationsgesellschaft LIT Informatienes für Joumenes Pletros Comitas Versicherungsaufsichtskommission Braudimopriti Uroskomisia Departement für Körperkultur und Sport Kuno Kulturas IR Sporto Departamentens Litauisches Archivdepartament Lituvos Archivudepartamentens Waffenfonds der Litauischen Republik Lituvos Respublikos Kinklufondas Litauisches Rat für Behindertenangelegenheiten Lituvos Invaliduraikalu Taruba Litauisches Staatliches Wissenschafts- und Studienfonds Lituvos Valsch Übenis Moxlo IR Studi Joufondas Kommission für Steuerstreitigkeiten Mokastin Yuginko Comisia Departament für Drogenkontrolle Narkotikokontrolls Departamentens Statistikdepartament Statistikos Departamentens Staatliche Inspektion für Atomenergie Wirtschaftssicherheit Walsch die Bein Atominus Energetikos Saukos Inspektia Staatliche Inspektion für Datenschutz Walsch die Bein Duomen Uabsaugos Inspektia Staatliches Nahrungs- und Veterinäramt Walsch die Bein Meister IR Veterinärichos Tarniebe Staatliches Amt für Tabak- und Alkoholkontrolle Walsch die Bein Tabako-IR Alkoholio Kontrolls Tarniebe Amt für öffentliche Aufträge Physiopirchimo Tarniebe ETC 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 Verokayego www.tein